So Leute, jetzt einmal den hungrigen Hugo. Ihr wartet alle drauf, ihr habt alle drauf gewartet. Komm, 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 komm. Die Tage wieder 50 Reactions anschauen, darauf gar keinen Bock. Was hat hungriger Hugo mir nochmal auf Instagram ge- Ne, hungriger Hugo hat mir auf Instagram geschrieben und auf, ähm... Und das Video, und das Video sogar geschrieben, dass ich nicht ins Intro komme. Schade einfach dein Verhalten, schade. Schade, schade, schade. Wirklich, naja. Auf gar keinen Fall mitgegeben werden, nur abzuh- Wird doch nicht passieren. Okay, Digger. Ich muss nächsten Monat Abo kündigen bei ihm auf jeden Fall. Ich hab' gesagt, du kommst mal groß raus. Jetzt kannst du den Leuten sprechen, die dir nicht geglaubt haben. Du bist hier im Video zu sehen. Ja, aber hungriger Hugo wird bald gestriked. Oh, oh, hungriger Hugo wird bald gestriked. Ja? Ja. Gott, ja, nur von mir, Digger, hat noch nicht eine Donation gekommen. Nichts. Gar nichts, nee, ist so. Hungriger Hugo. Mit 150 Euro dabei. Ich glaub, der hat da zwei Neuen vergessen. Nach steuerlichem Abzug, äh, bleiben... Digger, Digger, Digger. ...in mir von deinen 150 Euro, 75 Euro. Und das seh' ich persönlich als Beleidigung. Solltest du acht Zentimeter in der Hose haben, oder dann hast du mein Beileid. ...ziratscha... ...zirats philosophisch. ...asch profs google... ...ziratscha ... Ich darf das Wort Hochgenommen Dann wird das ja ganz schnell entmonetarisiert Ich muss was anderes sagen Ich muss Rückwärts Nie go Ach Rezo, fick dich ins Knie Du musst jetzt mal klar im Text reden Oh 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 nein, Digga Oh nein Oh nein Oh nein, oh nein, Digga Oh nein Guten Tag Er hatte was mit ihr Ah, das Okay Felix Felix Achso Hatte Felix nicht ne Freundin Stimmt Schade, Felix, schade Wir sind so Ich hab das letzte Mal Und das sag ich immer wieder Ich hab das letzte Mal geraucht Und ich bin Digga, dieser Gottverdammte Rettungsschwimmerbeat Ich bin wirklich stolz noch vor zwei Jahren Das ist ja nicht meine Das ist Ey, das ist Investieren, kryptos, ehrlich gut gemeinter Rat Ich investiere in Aktien Schade, Digga, schade, 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 schade Big F an der Stelle Wir können mal ganz kurz in mein Portfolio schauen Beziehungsweise Nicht mal mein Portfolio Sondern nur kurz meine Watchlist Ist zwar grün Tut sich aber jetzt nicht so viel, Digga Muss ich ganz ehrlich sagen Immer noch Big Verlust Digga, du hast es verstanden, Bruder Ich werde Big Mac Schick mir das nochmal rüber Ich hab's schon wieder vergessen Big Mac sieht einfach so aus Ist ein Argument, Big Mac Digga, so ein Leben Würde ich gern haben, Alter Ich würde so gern einfach so ein Leben haben Schade, dass ich einfach geil bin Das ist der Grund übrigens, warum mich alle unverschämt und hässlich und dumm finden Lehrer, dein Name ist rückwärts der... Wir sind auf dem Hertha-Kanal Gehypt? Ja, ich glaub, das darf ich gar nicht sagen Garna oder Fenna? Kein Kommentar, Freunde Hahaha, chillig, Digga Chillige Frage-Runde, Elias Jetzt kommt safe, jetzt kommt safe, jetzt kommt safe Papa Platte Ich call es Ah, ne, doch nicht Hä, sie... woher kenn ich die denn? Die hab ich schon voll oft geseh... hä? Bro, die hab ich schon voll oft gesehen, Alter, ich weiß nicht warum... hä, hab ich die... hab ich abonniert? Ach so, oder? Ah ja, Kevin, ach so, mhm... Eww 15 Sekunden Zeit 14 13, wie siehst du den? 12, was? Wo siehst du den Countdown? Ne, den hab ich in meinem Kopf, Digga 11 12 Erfiger Dieser Mann ist heute Abend bei Stern TV und ist betitelt als erfolgreichster Streamer Deutschlands Und kann nicht von 20 rückwärts zählen Oh, Digga, oh, Junge Hahaha Der Villager Danke, Carrie, viel Spaß dir noch Zieh meine Gäste mit dem Arsch Oh, girl, du bist im Ass Was sag ich mit dir? Und dann hab Körperkondition Hahaha Er fällt einfach um Digga, ich kenn keinen Mensch, der noch untrainierter und noch unathletischer und unbalancierter ist als Unge Der stand mal auf dem Skateboard, das ist einfach umgefallen Der Thoman hat eine VGA eingesteckt Eigentlich wollen die Jungs von Stern TV das jetzt anfangen zu zocken, aber ich hab gesagt, ist nicht. Ich chill immer erstmal ein bisschen ab. Ihr könnt euch jetzt erstmal auf die Couch schauen, da ein bisschen rumlümmeln. Ich will jetzt hier erstmal mein Ding machen, ich hab noch keinen Bock direkt anfangen zu zocken. So sieht kein Rückwärtsgang für mich aus. Ich seh euch. Ja Dinger, oh nein, hochgenommen. Genau die Kamera, genau die Kamera. So ist es. Akkani Oh Mann ey, Kaido Wenn du die Pokémon Karten öffnest, ne? Ja Oh nein Digga, was kommt jetzt für ne Frage? Hast du mal ne Pikachu Karte geöffnet? Oh mein Gott Das ist Raichu, das ist nicht Pikachu. Das ist die Weiterentwicklung. Das ist kategorisch falsch. Ich hab fünf Pikachus gezogen, ja? Ich tue das auf dem Oh Mann, reißt du mal zu. Da mach ich jetzt Digga an. Das ist ja unmöglich, Alter. 1, 2, 3 Ah, du Abtasch. Dann fuchs dir das an. Wer stellt sich denn auch da hin? Aber Facebook ist auch voll cool. Finde ich auch, ja. So, da haben wir jetzt hier. Moment. Ah, ah, ah. Machst du eigentlich Sport in deiner Freizeit? Fahrrad fahren, aber ich hab kein Fahrrad. Ah Digga, chillig, chillig, chillig. Ja, ich mach ja meiner, ich geh ja auch sau auf Boxen, aber ich hab keine Hände. Ähm, Basketball. Ich mach auch, ich spiel übertrieben gerne Golf, aber ich hab auch keine Beine. Aber alles alleine und da hab ich keinen Bock drauf und deswegen aktuell wenig. Er sagt, hey, was ist los? Und dann sag ich, ist gut jetzt mit dem Gelaber, dreh dich mal um und dann pack ich ihn so am Kragen. Und drück ihn so Doggy auf den Boden und sag, jetzt ist Zeit für den Arschbaucher, Digga. Digga, ganz wie die Schlägerei, Alter Digga, da war er wieder irgendwo in Berlin feiern. Warte mal, du musst ihm erstmal ne Frage stellen. Ach ja, du bist doch nur eine Mistlur. An die Folge erinnere ich mich, da hat mein Vater mir abends eine reingehauen. Und du hast den ganzen Tag lang an der Kasse gestanden. Hier mach ich Beine, du *** Sohn. All die Fresse, du schwarzer Hure. What the fuck, Alter? What the fuck? Oh nein, Digga, der Slurpy schmeckt gar nicht gut. Das war ne falsche Dose. Ach nein, Digga, ach nein. Ey, wir haben sechs Minuten ohne Papa-Platte-Clips ausgehalten. Schade, schade, schade. Was ist das für ein Bild? Wieso hat Kevin ein Bild von seinem Vater da stehen? What the fuck? Warum? Lange nicht mehr bei ihm im Stream reingeguckt, besser ist es. Digga. Nie. Ja. Ja, ich bin bei ihm. Holey shit, meinmes Zeitung zu schaueln. Maaaiiii! Ja, ich bin bei ihm. Ich bin bei ihm. Ja, ich bin bei ihm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Moin Das hat gut geklappt Leute, wenn ihr irgendwie einen Onkel habt Und der hat einen Neffen Wenn ihr irgendwann einen Onkel habt Und der hat einen Neffen, nee, das seid dann ihr Bei Max in der Familienverhältnis ist auch alles ein bisschen schwieriger Deutsche Saarland, Mann Kylo denkt mittlerweile, er heißt Ui Junge, der ist ein bisschen thick Kylo? 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 Hallo? Ui Oh nein, oh nein, der arme Hund Oh nee Das mache ich jetzt mit Akani auch Ich nenne ihn jetzt jeden Tag Bastard, bis er denkt, dass er Bastard heißt Wie das mit meinen Eltern damals mit mir gemacht haben Oh nein, oh nein, Digger Gewalttat, absolute Gewalttat Pink Unicorn Dauergast Willst du nichts trinken, magst du das? Ja, eine Cola Zero würde ich auch nehmen Ich habe keine Cola Zero Was ist das denn? Cola Cola Das Ding ist, man muss sich gar nicht, man muss sich gar nicht vorstellen Man muss sich gar nicht vorstellen, wie die zwei irgendwann als Rentner streamen werden Weil das ist halt jetzt schon so Die haben beide das Tod, der ist Alzheimer Deren Gehirn ist komplett zersetzt, Junge Hä? Taste the flame Hä? Ganz einfach, Boys Hand hoch Ah, okay Was? Max, Junge, er hat es doch schon geschrieben Max, what the fuck? Kannst du nicht mehr lesen? Oh, seid ihr lost Ist du dumm? Du bist dumm, alle wussten es außer dir Ich krieg das gar nicht hin, das irgendwie Digga, kann ich hier nicht mal nur wo meine VGHs beruht haben Ich muss ein paar Fotos machen Ja, ist gut Ja Digga, hallo Digga, also ich twitch Deutschland, es ist einfach, es ist einfach, es ist einfach ein Schreckensgespenst, Digga Geht's dir denn was? Auf Steffis Ehre jetzt schwören, dass du hier unten auch keine geraucht hast Warum eigentlich immer meine Schwester? Was hat meine Schwester? Weil ich deine Eltern nicht kennen Ja, aber du kennst meine Schwester auch nicht Oh nein Scheiße, Digga, oh nein Das geht ganz böse aus, Digga Mont, holt euch eine Rasierschlinge aus dem Schuh, das war's Ja, okay Wildes Video Wildes Video